Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verlosung. Erste Verlosung. Roblox. Roblox Digital Card. 200 Robux. Tja, ich mach das nur, wer mitmacht. Am Montag ist Event Schluss. Also heute fängt Event an. Und ich mach eine Woche. Ihr könnt kommentieren, was auch immer. Also ich möchte Robux haben, 200. Dann müsst ihr den Grund schreiben. Und dann gebe ich euch dann den Code privat. Schreibe ich euch dann privat an. Machen wir so. Ihr müsst es nur ordentlich schnell lesen können. Ja, also. Falls Leute, die mich fragen, warum. Na, wenn man das in Kommentare schreibt. Sonst lesen ja die anderen. Und dann hat er Pech, derjenige. Heute der erste Verlosung. Wollt zwar Spotify Verlosung machen, aber mach ich auch noch. Also eine Woche gebe ich euch Zeit. Freitag, Freitag. Seid dabei. Schreibt, ich möchte Robux haben, Rom und jenes. Und ja, Leute. Seid dabei. Seid gespannt. Abonniert meinen Kanal, dass ihr eine weitere Folge nichts verpasst von Verlosungen. Und was ich noch anmerken sollte. Roblox ist fein, schön, cool. Wenn ich Roblox mag, kann ich gerne wegklicken. Hätte ich auch anfangen zu sagen, aber egal. Hier, Robux ist immer gut, weil man ein bisschen was hat davon. Wenn ich die Taus nehmen würde, müsste ich so viele Punkte machen. Äh, 1500. Und ich habe ja erst 3412. Also geht es ja noch nicht. Also Leute, das war es mit diesem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis am Freitag eine Woche und ciao.